Innenstadt. Mitten in Würzburg. Das letzte Wort kann ich nicht. Flüssigkeit. Es war mal letztes Jahr ganz im Grün eingefärbt und da haben sich alle Leute gefragt, was da jetzt los ist, warum da das, was drinnen ist, halt grün ist. Treffpunkt in der Stadt gehen ganz viele Menschen hin, häufig Touristen, ist im Zentrum der Kommune. Straßenbahnhaltestelle nach, 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 nach dem Dom. Von da aus Richtung Rücken shoppen. Also das sieht man immer, wenn man sich zum Beispiel ein Eis vom Fontana holen will, da läuft man immer dran vorbei. Und der Oberbürgermeister hat einen Blick darauf, wenn er aus seinem Büro rausschaut. Da ist auch noch ein ganz großer Turm nebendran, jetzt müsstet ihr es wissen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.